Ich bin Emil Ajikoum, 21 Jahre alt. Ich starte für den SCC. Man verbessert sich einfach immer stetig oder man versucht es sich stetig zu verbessern. Und immer über seine Grenzen zu kommen. Ich habe mit dem Mehrkampf angefangen. Ich war auf der Sportschule und ab der 10. Klasse hat man sich dann spezialisiert. Und dann habe ich mit 400 angefangen, war dann aber leider ein bisschen zu langsam dafür. Und dann habe ich einmal mal die 400 Hürden ausprobiert. Und seitdem ist das meine Spezialbestimmung. Bei den U23-Meisterschaften in Finnland ist der dritte Platz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.